Beim Stielstich mit der Nadel auf der Linie ausstechen und nach links in der gewünschten Länge wieder einstechen. Den Faden durchziehen, bis am Ende eine kleine Schlaufe entsteht. Jetzt auf halber Stichlänge wieder ausstechen und Faden festziehen. Vor den vorletzten Stich in der gleichen Länge nach links wieder einstechen und den Faden erneut bis zur Schlaufe durchziehen. Auf halber Stichlänge wieder ausstechen und festziehen. Der Stickfaden liegt dabei unten. Der Stielstich ist besonders für gerade und geschwungene Konturen geeignet.